Hi, wir sind Zoe und Merlin oder auch The Film People und wir bauen gerade einen Mercedes Sprinter zu unserem neuen Zuhause auf Rädern aus, um darin dann Vollzeit zu arbeiten und zu leben. Guten Morgen aus dem Schnee, es ist so schön, das in Winter Wonderland. Der Schneeschippen am Morgen ist auf jeden Fall ein guter Weg, um warm zu werden. Jetzt kann es richtig losgehen. Bist du genauso motiviert wie ich? Erstmal willkommen zu einem neuen Video von uns, wir machen diese Woche mit der Küche weiter. Da gibt es nämlich noch einiges zu tun und wir wollen die Küche aber jetzt so schnell es geht fertig stellen, weil das ist ja das erste Element, was wir richtig fertig hätten. Hi. Hi. Und deswegen machen wir uns da jetzt mal dran. Wir haben letzte Woche schon erfolgreich eine Schublade gebaut, das seht ihr im Video von letzter Woche, das verlinken wir euch hier oben. Ich weiß nicht genau wo. Und heute sind wir viel besser schon da drin, oder? Wir machen uns jetzt in zwei Stunden. In zwei Stunden. Also. 9.10 Uhr. Mal gucken wie lange wir brauchen. Für drei Schublade. Heute meine ich es richtig ernst. Und was? Wir messen heute mit halben Millimetern. Und in unsere Präzisionsarbeit kann jede Tischkreissäge einpacken. Wollte ich nochmal sagen. Langsam wird es richtig kalt. Die nächste Schublade wird leider auch wieder so eine Frankenstein-Schublade. Aber die dritte, also die unterste, der Reihe danach nicht nicht. Endlich mal eine normale Schublade. Endlich mal was normales. Wir haben halt keine Tauchsäge mehr, aber wir müssen hier von oben aus rein sägen, deswegen machen wir einfach hier hinten das Dinglose. Und halten es hier zurück und tauchen den Mund ein. Weil das hier wieder so eine Special Schublade ist, haben wir halt viel mehr Schnitte als bei einer einfachen Schublade. Wir haben hier so ein richtiges Meer an Puzzleteilen. Wir brauchen die Front. Dann brauchen wir links und rechts aus. Normalerweise hat man dann eine hinten. Aber durch unsere komische Form haben wir hier hinten dann halt auch nochmal fünf Teile. Aber dadurch auch, dass wir es jetzt schon mal gemacht haben, ging es jetzt deutlich schneller. Ja, schauen wir mal, ob es passt. Also hier vorne drauf kommt dann noch so ein Cover wie hier. Das machen wir jetzt. Aber ansonsten ist es super. Kleber, Kleber, Kleber. Es ist so kalt, dass der Kleber in dieser Schale schon richtig hart wird. Man muss den da so rausziehen und er zieht voll die Fäden. Und ich glaube, die Bearbeitungstemperatur ist auch nur bis maximal fünf Grad. Weil es regnet ja, es muss ja über null sein. Aber ja, es ist auf jeden Fall kalt. So, unsere Front trocknet jetzt. Und in der Zeit können wir schon mal mit der nächsten Schublade anfangen. Weil bei dem Wetter dauert es bestimmt eine ganze Weile, bis das hier fest ist. Als ich es noch nicht gemerkt habe, mir ist es saukalt. Es ist richtig eklig auf einmal. Es war ja voll schön heute Morgen mit dem Schnee, aber jetzt schmilzt es und jetzt regnet es. Und jetzt ist es so nass und es ist blei. Wie ihr wisst, sind wir richtig verfressen. Und an so einem Tag wie heute, wo es einfach saukalt ist. Da kann man nämlich gar nicht genug essen, finde ich. Deswegen werde ich jetzt mal was Schönes kochen. Außerdem genieße ich es gerade hier drinnen in der Werbe zu sein. Deswegen lasse ich mir auch ein bisschen Zeit. Sorry, Melli. So, zehn Jahre später. Heute gibt es Bratkartoffeln mit Tofu, mit gebratenen Nudeln. Wobei ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen overkill ist. Naja, mit Rucola und ein bisschen Gemüse. Damit wir auch schön satt werden. Melli hat gesagt, er hätte gern Reis, Kartoffeln und Nudeln. Deswegen, ich glaube, ich mache die Nudeln noch ein. Voila! Hallo! Hallo! Also ich habe jetzt Kartoffeln, Nudeln, Tofu und Gemüse. Ah ja. Also ich glaube, du bist zack. Wolltest du von meiner Füße noch ein? Mhm. Wirklich? Das ist so crazy. Also, da Nizou richtig geil für uns gekocht hat, habe ich hier eine weitere Schublade vorbereitet, soweit wie es ging. Wir müssen jetzt hierfür noch die Front ausschneiden, das konnte ich nicht alleine. Das machen wir jetzt und dann bauen wir gleich noch eine Schublade ein. Jetzt schrauben wir mal unsere zweite Schublade an. Und das ist jetzt soweit fertig, lackiert. Auszüge sind dran, jetzt müssen sie nur noch eingeschraubt werden. Let go! Wir waren jetzt den ganzen Tag dabei, unsere Schubladen zu bauen und da sind wir noch immer noch nicht mit fertig. Heute sind wir viel besser schon da drin, oder? Wir machen das jetzt in zwei Stunden. Aber es nähert sich langsam dem Ende und ich freue mich schon, wenn wir die gleich alle einbauen können. So, das war's für heute. Wir haben uns hervorgenommen, alle Schubladen fertig zu machen. Eigentlich wollten wir sie heute auch noch einbauen. Jetzt fehlt noch eine, die hier unten hinkommt. Die müssen wir morgen noch streichen. Und hier oben über unseren Gaskasten und unter den Herd kommt noch eine. Da haben wir uns auch noch was überlegt, was mit dem Gas zu tun hat. Das können wir euch dann morgen zeigen, wenn die eingebaut ist. Aber jetzt ist erstmal Zeit vor Abendessen. Nein, nein! Herzlich willkommen zurück! Wir sind wieder am Start. Ich fand es echt schwer aus dem Bett zu kommen. Es war so anstrengend gestern. Und der ganze Körper war so voll durch, einfach von der Kälte und so. Aber wir haben es geschafft. Das Wetter ist gar nicht mal so schlecht. Es ist zwar kalt, aber es regnet nicht und man sieht sogar ein bisschen blauen Himmel. Uff, meinst du Sonnenschein heute? Das ist ja schön. Auf jeden Fall machen wir jetzt die Schubladen hier noch schnell fertig. Die haben wir euch noch gar nicht gezeigt, glaube ich, gestern. Das sind die beiden Schubladen, die wir gestern gebaut haben. Die müssen jetzt noch gestrichen werden. Hier habe ich ein bisschen verkackt. Da sind die Rahmen irgendwie beim Trocknen so auseinandergerutscht. Und da müssen wir das nochmal auffüllen. Deswegen konnten wir das gestern nicht fertig machen. Aber das jetzt auch durch. Und dann ist hier noch unsere riesige Schublade. Ja, die haben wir auch gemacht. Das ist jetzt die erste Aufgabe des Tages, die beiden fertig zu machen und anzubringen. Und dann geht's weiter. Musik 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 Wir haben die Schublane jetzt fertig, dann bauen wir die mal schnell ein, hoffentlich schnell. Ganz so schnell war es dann leider doch nicht, es ist nämlich eine ganz schöne Präzisionsarbeit mit diesen Schubladen und den Schienen, aber wir haben jetzt alle Schubladen eingebaut und das war es jetzt auch erst mal mit dem Schubladenthema zum Glück. Wir müssen irgendwann später hier nochmal zwei andere bauen, aber schaut es euch erstmal an. Insgesamt vier Schubladen haben wir jetzt verbaut, alle auf so Soft-Closed-Schienen und es funktioniert. Jetzt geht es endlich an den Gaskasten und zwar wollen wir den heute fest verbauen, dazu ist hier so ein Gasdurchlassentlüftung vorgeschrieben. Das ist so ein Ding, das müssen wir im Boden versenken und das ist gar nicht so einfach, weil von oben sieht man ja gar nicht was unter dem Auto ist, da gehen nämlich überall so Verstrebungen lang, die das Auto stabilisieren und den Boden. Und es gibt aber eine Stelle, wo das genau dazwischen passt, deswegen werde ich jetzt hier mit dieser Schablone unter das Auto kriechen, die dazwischen halten, dann von unten so durchbohren, dann haben wir ein Loch, was oben aus dem Boden rauskommt. Dann können wir das da wieder ansetzen und hier oben mit der Stichsäge schön einen Kreis aussägen und landen dann genau zwischen diesen Halben. Einen Essen. Bitte erlaubnis zum Abtauchen, Sir. Erlaubnis zum Abtauchen? Erteilt Sir? O geil. Herein mit dir! Na dann Bama. Kaum nur Annegeber. So jetzt kommt der eigentlich schwierige Part. Jetzt muss nämlich das alles mit der Stichsäge ausgesägt werden und das sind ja mehrere Schichten. Das ist ja unser Holzboden, darunter ist unsere Isolierung. Da wissen wir nicht genau, ob da die XPS-Platten oder irgendwelche Latten drunter sind an der Stelle. Und dann noch der Autoboden. Das heißt, es wird glaube ich jetzt gar nicht so einfach, aber zum Glück mache ich das nicht, sondern der Merlin werde ich glaube ich jetzt zurücklehnen. Wir müssen jetzt natürlich auch noch das Loch in unseren Gaskasten reinsägen, damit wir dann unser Ausflussding da reinsetzen können oder verkleben können. Und die Aufgabe habe ich jetzt, obwohl ich noch nie mit der Stichsäge gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber ich probiere es jetzt mal. Wir haben jetzt hier um den Rand so ein Fensterdichtungsband geklebt, damit nämlich die Tür, wenn sie zu ist, auch richtig abgedichtet ist. So, dieser Gaskasten hat uns schon einige Nerven gekostet, aber wir wollen ihn jetzt noch fertig machen. Wir hassen es nämlich, wenn man abends ein Projekt nicht abschließen kann und dann verbringt man den nächsten Tag auch noch halb damit. Hint, hint, die Schubladen voll hin. Ich werde jetzt noch diese Zwangsbelüftung einkleben und dann ist das Projekt erst mal durch. Und dann können wir uns um die weitere Gasleitungen und so weiter kümmern. Wir packen jetzt mal zusammen und wir sehen uns morgen, übermorgen, je nachdem wann wir wieder Zeit finden, um Wände zu bauen. Moin, willkommen zurück bei uns. Es ist ein neuer Tag, es ist gutes Wetter. Ich snack noch eine Karotte und wir machen heute weiter. Wir wollen nämlich heute die Küche fertig machen. Das heißt Gas anschließen, das heißt das Gestell an allen Seiten zumachen. Ja, soweit erstmal. Schauen, wie es klappt. Let's go. Also, wir wollen hier vorne natürlich die Front zumachen, damit es ein bisschen schöner aussieht und das werden wir mit Nut- und Federbrettern machen. Wir müssen natürlich aber hier gucken, dass wir unsere Gaskastentür trotzdem noch aufmachen können. Von daher müssen wir hier auch eine kleine Tür reinmachen. Wir haben jetzt unsere Nut und Feder angepasst und jetzt kleben wir die alle zusammen, damit wir dann später, wenn das alles getrocknet ist heute Nachmittag, hier vorne die Tür rausschneiden können, die uns dann später den Zugang zur Gasklappe, zur Gaskiste, hier ist es, Gaskasten, verschafft. Das lassen wir uns erstmal trocknen und weiter geht's mit dem nächsten Projekt. Und zwar ist unser nächstes Projekt unser Gasanschluss. So, wir haben jetzt eben hier ein bisschen rumgetüftelt und unsere erste Verbindung gemacht. Das ist gar nicht so einfach, weil für das Gas gibt es nämlich so spezielle Verbindung. Und zwar haben wir hier unser Gasrohr, ein 8mm Durchmesser und das Ganze muss man mit einem Schneidring verbinden. Das ist hier so ein kleiner Ring. Den schieben wir hier auf das Rohr. Erst schieben wir unser Gewinde drauf. Dann schieben wir den Ring drauf. Und der Sinn von diesem Ring ist, dass der sich beim Festziehen in dieses Rohr so ein bisschen reinschneidet und dadurch da wirklich eine dichte Verbindung entzeugt. Damit das hier richtig gut flutscht, haben wir noch hier von Truma so eine spezielle Paste extra für die Gasinstallation. Das stellt sicher, dass dieser Ring sich nicht irgendwie verkanten kann und dass das ordentlich sitzt. Ja, das haben wir jetzt eben gemacht. Wichtig hierbei ist auch noch, man darf das beim Anziehen nur eineinhalb Umdrehungen festziehen und so weiter. Aber wir machen jetzt keine genaue Gasanleitung. Das müsst ihr selber recherchieren. Wir sind selber keine Profis. Wir machen das alles nur so, wie wir es auch recherchiert haben und werden es überprüfen und eine Gasprüfung machen. Projekt Gasanschluss beendet. Das ging schneller als wir dachten. Und zwar sieht unser Setup jetzt so aus, dass wir unten eine 5kg Gaslasche drin haben. Dann ist da drin ein 30mm Druckminderer angeschlossen. Das Ganze geht in einen 40cm Schlauch bis zur Decke von dem Kasten. Und dann haben wir hier ein 8mm Rohr durchgeführt und das an den Schlauch angeschlossen. Und hier ist ein Hahn, ein Gashahn, um den Gasfluss zu stoppen oder halt einzuschalten für unseren Herd. Damit man den einfach erreichen kann, haben wir den hier in einer Schublade feststeckt. Da müssen wir den Schublade einfach aufmachen. Es war gar nicht so einfach, Infos zum Thema Gaskasten zu finden. Aber nach ein bisschen Recherche habe ich dann doch was rausgefunden. Und zwar sind wichtige Aspekte von diesem Gaskasten, dass der eben komplett abgeschlossen sein muss zum Innenraum. Das heißt, wir haben hier so eine Tür gebaut, die sich verschließen lässt und die hier eine Dichtung hat, dass das Ganze dicht ist, wenn die Tür zu ist. Wir haben hier oben unser Gasrohr, bei dem Durchlass haben wir mit dicker Siel abgedichtet, dass das auch dicht ist. Und außerdem ist eine Voraussetzung, dass der Gaskasten nach unten oder in Bodennähe eine Entlüftung haben muss, die aus dem Auto rausgeht. Damit, falls doch irgendwie Gas da drin austritt, das eben durch den Boden absickern kann und hier nicht in den Innenraum kommt. Eine Sache, die wir auch noch gefunden hatten, war, dass man eben hier vorne so einen 10 cm Steg lassen muss, damit, weil das Gas ja schwerer ist als die Luft, das auch nicht einfach hier raus schwappen könnte, sondern immer schön hier unten abfließt. Aber das sind auch alles nur Sachen, die wir uns selber so zusammengekramt haben im Internet. Keine Garantie, dass es 100% so stimmt. Ob wir damit durchkommen, werden wir dann bei der Gasprüfung sehen. So, wir sind jetzt bei der spaßigsten Aufgabe des Tages angekommen. Wir verkleiden jetzt nämlich die Seite der Küche. Wir haben alles innen drin jetzt soweit fertig und können jetzt hier zumachen. Dazu haben wir unsere Nut- und Federbretter schon präpariert. Jetzt müssen wir die nur noch dranschrauben. Die Küche sieht schon so richtig fertig aus und dann ist es noch volles Chaos. Andere Sachen haben wir noch nicht mehr angefangen, wie die Sitzbank oder das Bad. War es cool, schon mal sowas fertig zu haben. So, jetzt geht es weiter mit der Wand, die wir heute Morgen schon vorbereitet haben. Die Bretter, die wir zusammengeleimt haben, halten jetzt mittlerweile gut. Und wir haben hier so eine tolle Schablone, die Zoll gebastelt hat. Und die werden wir jetzt hier an diesem Brett aufbringen. Und dann schneiden wir das aus und gucken, wie gut das passt. Das passt jetzt soweit. Jetzt werden wir hier noch einen Türausschnitt einsägen, damit wir natürlich noch an unseren Gaskassen dran kommen. Dann können wir hier erst die eine Tür aufmachen, dann die zweite Tür und dann kriegen wir ans Gas. Und das ist echt unauffällig. Aber das zeigen wir euch morgen mal im Hellen. So, heute haben wir eigentlich nur noch zwei kleine Aufgaben, die wir machen müssen, um die Küche erstmal fertig zu machen. Das machen wir jetzt und dann zeigen wir euch mal, was wir gestern gemacht haben. Weil das hat man im Dunkeln ja gar nicht mehr so richtig gesehen. Und wir fangen jetzt mal an. Mit der Müllklappe. So, sorry ihr Lieben, wir haben es gerade einfach schnell ohne die Kamera angebracht, diese Klappe, weil es einfach so kalt ist und wir fertig werden wollen. Aber das hier ist unsere besagte Müllklappe. Kann man aufmachen. Und hier wollen wir halt so einen Mülleimer reinstellen, der hier an der Tür quasi hängt, sodass man das hier so rauskippt. Dann kann man hier Müll reinwerfen und dann macht man es wieder zu. Und gut, wir haben gerade eben unsere Türgriff bekommen. Die kamen gerade mit der Post. Die sind noch nicht angebracht. Das wollen wir aber jetzt auch gleich noch machen. Weil dann können wir unsere Schubladen auch endlich aufmachen, ohne uns hier die Fingernägel abzureißen. Wenn man die Schublade aufmachen will, ist die einzige Bewegung, die man macht, wie man immer bei einer Schublade macht. Man zieht da dran und es entwiegelt sich automatisch. Super. Teuer. Sag mal, wie viel es gekostet hat. Ja, das waren die einzigen schönen Dinger, die wir überhaupt gefunden haben. Und die haben halt 20 Euro das Stück gekostet. Aber das war es uns wert für den Look von unserem Werden. Wir wollen jetzt aber, um die Woche gut abschießen zu können, doch noch diese Klappe anbringen. Wir haben zwar nicht mehr so viel Zeit, weil es vielleicht dunkel wird. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Und versuchen jetzt noch schnell die Scharniere so weit anzubringen und das hier zurecht zu fräsen, dass wir auch das hier anbringen können. Weil dann ist die Küche fertig. Okay, da okay. Wie immer, wenn man was übers Bein brechen will, dann klappt es ja meistens nicht. Dieses ganze Projekt Gas, Klappen, Zugang, lassen wir erst noch mal ruhen. Da müssen wir noch mal ein bisschen dran rumtüfteln. Und gehen jetzt in unser wohlverdientes Wochenende. Endlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen wie immer. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag mit unserem nächsten Projekt. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.